Ja und herzlich willkommen zurück zu The Invincible. Wir fahren direkt zum Ballon und schauen, ob irgendwas Wichtiges und Nützliches auf uns wartet und uns die Informationen über diesen Vorfall geben kann. Und auch vielleicht über die zwei Personen, die wir gesehen haben, was das eben keine Halluzination war, was ich ehrlich gesagt nicht wirklich glaube. Es war so, wie die Titel von einem renaissance-Painting. Der Fallen Balloon of Regis. Ja, genau. Ich habe den Rekorder. Der Fallen Rekorder of Regis. Bitte stop. Ich bin gespannt, welche Fotos wir hier sehen. Register. Ähm. Hä? Ich habe hier geparkt. Und der Rover ist da hinten. Ja gut. Die Mission. Morgen. Nichts Spezielles. Auf jeden Fall sind es mehr Leute, als sie gefunden haben. Sie operieren auf fuller Kapazität. Die Base ist aktiv. Oh shit. Ich dachte, ich könnte alles auswählen. Ich habe das nicht von unten gesehen. Ich weiß nicht. Die haben viele Fahrzeuge auf einer nahe Helle geparkt. Huh. Die Balloon bewegt weg von der Basis. Welche Richtung? Approximately nach links. Ok, ich erkenne hier zwar nicht, was ich sehen soll, aber gut. Achso, das soll Wasser sein, ok. Die Ballein ist vollständig. Es scheint quieter an der Basis, aber es gibt noch ein paar Menschen. Sie sind gruppiert. Ein paar Menschen, die in der Stadion, neben den Fahrzeugen. Drei Fahrzeugen, die nicht da waren vorher. Hm. Sie haben also die Basis dann geräumt. Am 25. Sie sind weg. Es gibt keine Fahrzeuge. Es gibt niemanden. Sie mussten sich nach der alten Basis verlassen. Oder zu dem Schiff. Aber warum haben sie nicht erwartet, dass die Konvoi zurückkommen? Vielleicht wussten sie nicht, dass die anderen Probleme waren. Wunderschönlich. Es war nach dem Schiff. Na dann. Wahrscheinlich ist das so, wie die Allianz seine Menschen tritt. Lassierlich, ohne Dignität. Der Ballon kommt zurück und alles ist... Die subsequenten Geräte sind ähnlich wie einander. Sie zeigen eine leute Basis. Alles ist leer hier. Lass mich raten. Wir sehen sicherlich gleich uns fahren und dann irgendein paar zurück. Der Ballon kommt nicht an. Niemand hat das. Niemand hat das. You're wrong, someone was in the base A man So he's real after all I knew it, I told you That you did Please forgive my doubt But where is this man now Can we expect any more Weiss don't eat it I think he's near the base Charging by the last slide The Alliance must have a hideout there Und wir müssen zurück gehen, ich glaube. Komisch, das ist ein bestimmter Zweck der Grund. Ich glaube, das ist ein Schmerz, das passiert in der Welt. Oder sogar in der Welt. Und warum Sie sich auf sie suchen? Weil ich auch in der Menschheit glaube ich. Der Selbstlosigkeit zu helfen, andere zu helfen. Ich kann nicht anders glauben. Alle meine Erwartungen wären sinnvolle. Ich weiß nicht. Er ist Nunde. Ist er neben der Base, unter dem Kontrollcenter? Affirmative. Schnell, schnell hinterher. Das ist, was mit dem Konvoi passiert. Kann ich hier oben? Bevor wir zum Highlock gehen, möchte ich sehen, was die Sonde aufgezeichnet hat. Wenn sie denn gelandet ist. War dieser auch schon da? Die Sonde fliegt noch? Die Sonde fliegt noch. Welcher Sonde? Die erste. Die, die die Base. Du hast es nicht erwähnt, Doktor. Also die Sonde landete... Oder jemand hat es runtergebracht. Hm. Der Roboter ist immer noch in der gleichen Stellung. Ich schätze mal keine Fotos. Der Roboter ist veröffentlicht. Es gibt keine Daten. Es ist komplett clean. Du solltest es sofort kontrolliert haben. Jetzt werden wir nie wissen, was er registriert hat. Ja. Ich bin vollständig bewusst. Aber es ist nicht mehr wichtig. Weil du willst mit der Allianz sprechen, nicht? Sie sind die beste Information, Astrogator. Und war diese Empfänger vorhin auch schon hier? Ich bin mir nicht so sicher. Ja. Hm. Vielleicht wird es Ihnen ein wenig Vorteil geben, bevor Sie ihn treffen. Okay, dann... Lachen wir einfach mal dahin. Dann können Sie Roboter werden. Oder doch nicht. Nein. Ist das schlau? Natürlich bin ich nur eine einzige Stelle, wo man hochklettern kann. Ich hätte eigentlich gerne mit einem Fernglasbaum nachgeschaut. Aber irgendwie ging das nicht. Ich bin gespannt. Und jemand auf uns wartet. Oder ob wir auf niemanden treffen werden. Ich gehe zum Ort, an dem das Allianz-Mitglied zuletzt gesehen wurde. Ja. Ja. Ja, das ist nein! Nein, ich bin gut. Ich bin also da. Vielleicht aber... Das ist der letzte Moment, wenn es zurückgeht. Ja. Und nachdem ich wieder zurück. Aber wie lange ich mich noch nicht Mayo, wir haben keine Option hier gebaut. Es ist nicht, wenn ich dir. Es ist, wenn ich mich dafür nicht... So, wenn du mich lassen möchtest, ich nehme meine Chance und ich werde den Mann finden. Selbst wenn er uns gefangen... ...nehmen würde. Diese Sicht... ... hat die Klammerth hier bereits gemacht. Also, du bist auf dem Topf? Ja. Aktivität in der Radius? Ich hörte keine Blöcke. Und ich sehe keine Dots. Flit! How? What? I found him. Very well. Now, keep your distance and be careful. It's too late. What? I can't hear you. It's too late to keep... Jasna, what is it? Why is it too late? Jasna, speak to me. He's looking for others. He's... You. What have you done? Shit! He found you too. Why? And he's blaming us. What did it gain you? That's not good. Listen. I don't know what you're blaming me for. Get up. So much for talking. Jasna, don't provoke him. If you would just listen to me for one moment. I said get up. You don't need to be afraid. I... I come in peace. Huh. Save it. I guarantee you'll have time to talk later. What a... Just keep your mouth shut. For your own good. Okay. Stay calm. He's going to lead you to his superiors. Which is good in theory. Well. For what will he uns... ...beschuldigen? Was... ...have we done? What did he do? Der macht uns verantwortlich für alles. Ist nicht für die ganzen... Ich weiß, dass die Menschen sterben. Aber Sie müssen verstehen... Ich sehe, dass du nicht mehr prägt. Lass dich vor der Astrogator oder der ganzen Council. Das ist richtig. Es ist wirklich nicht notwendig. Aber wenn du etwas probierst, ich mach es. Jasner, ich weiß nicht, was du zu tun, aber er ist sehr ernst. Da muss ich sein. Geh es einfach, bitte. Ich werde ihn behandeln. Huh? Was bist du mit? Jasner, du hast eine Deathwischung. Nur kurze Antworten von jetzt. Ich frage die Frage, und ich frage die Frage, und ich frage die Frage, ob es sicher ist. Oder ein Code. Vielleicht Grunts. Du verstehst? Uh-huh. Gut, gut. Ist da jemand anderes? Apart von ihm? Uh-huh. So ist er nicht allein. Are others close by? Start, dammit. Uh-huh. Uh-huh. Why can't I hear any other people? Nuh-uh. Hang on. There's no one else after all. Or maybe just... not people. When it rains it pours, huh? Uh-huh. That's surprising. Do you have some alien there? Of course not. Nuh-uh. Got it, of course not. That's why I'm betting on a humanoid robot. Uh-huh. The Electrobots have already been phased out. So it must be one of the Arctons. A model with a small head pressed into the body. One of those so-called porters. Theoretically harmless. But due to its tremendous strength and potential reprogramming, you best be careful around it. Come on. Uh-huh. Do you want to tell me something about this man? Something... about his appearance, maybe? Uh-huh. Ah. Does it concern his outfit? Uh-huh. Which part? Oh, you just had to... Legs? Torso? Head? Uh-huh. It's about his head? What could be so unusual? I don't suppose you can see much since he has his helmet on. Uh-huh. Really? No helmet? Uh-huh. That's why I can hear him so clearly. It's... If he's been without it for a long time, with these levels of oxygen and methane, he must be a lunatic. It works. Let's go. Break time's over. I can hear something's happening. Do you think you could ask? Where are you taking me? You came here yourself. So what are you expecting, huh? Don't risk it. Let it go. So... You want to look me up in a dark cave? And keep me there for... Who knows how long? Oh, relax. Not too long. Our people will be here any moment now. What's... What's here? What's here? What's here? What's here? Jasna, I'm with you. I'm... I'm sorry. I'll do anything. My mistake? I should have checked it. Get in. Shit. Ich glaub, das war falsch. Das war falsch. I don't wanna get in there. Come on. Get inside. Novik! Your people won't help you now. Shit. Ich hätte das nicht tun sollen. Ich hätte das nicht tun sollen. Naja. Wir sehen beim nächsten Mal weiter, wie es hier weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen bei The Invincible. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. .